Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge KFD Deckoffs 2 Und wie könnte es anders sein? Wir sind bald wieder in den USA, aber diesmal in Nevada Und zwar auch der Map Newtown 2025 Boom Ich habe jetzt mal Drum war glaube ich auch noch Ich habe jetzt immer noch die Vektor gezogen, diesmal mit Vollmangel geschafft, Griff und Laser Aber ich muss erst mal wieder ein bisschen reinkommen Auch wenn ich gestern gespielt habe Drum kommt gleich jemand So, sonst hier fand gar keiner Oh! Okay, das war eine von mir Alter, das ist voll ein Arschloch Der hat auch die Vektor, aber Der legt sich hoch im Boden Und das finde ich nicht gut Ich bin doch getroffen Okay Ach, da schießt er durch die Wand So Schön kill gemacht Und mir, der ist auch da Mann, das ist doch ein Arschloch Kann der nicht richtig felsspielen? Hier Hier Fucking grounder So Dann habe ich mich jetzt hingelegt, damit ich nachladen kann, aber Bessere EG Oh, scheiße, wenn man das ist Scheiße, das hätte ich eigentlich sehen müssen Scheiße, Mann Das darf nicht wahr sein Ich bin die ganze Zeit weggerotzt Scheiße, ich bin die ganze Zeit weggerottet Merkli, das war in den letzten Matches Na los da Wir verlieren diesen Kampf Muss man schon mal sagen Was war das? Was war das? Oh fuck Geht da nicht in das ein Geschütz? Und oben ist hier einer Na, wo? Achtung Feindliche Fernblendung entdeckt Manro, steht da hinten drin Na, egal Mir noch egal, ich habe meinen Kill gemacht Ist mir noch scheißegal, ich habe einen Kill, also Der Geschütz ist auch weg Und da unten wollte einer eines aufstellen Das habe ich gesehen Feindlicher Tarnhelikopter-KW Der Windzeitplan ist in Gefahr Beheilung Mann, den schieße ich die ganze Zeit daneben Ich habe mich da gesehen Das ist schön Aber er war gut gemacht Wirklich, das muss man dem schon mal sagen Das jetzt nicht und das auch nicht von mir Pinke Das ist ein Pink-Monster, die alle fliegen Und schon wieder verloren Irgendwie ist das scheiße Ich verflixt Ich glaube ich immer, ich such gleich einen anderen Server Und vielleicht auch einen anderen Spiel muss ich Aber wir sehen uns gleich wieder Im nächsten Spiel Tschüss Ich glaube da kann das drauf So, da bin ich wieder Und diesmal in Newtown Ich habe Schallnämpfer und Scheiße Nein Hä, wieso ist es rot? Auf die Beine! Und diesmal Schallnämpfer und Vollmantelgeschoss Was? Er hat uns beide überlebt Was? Er hat uns beide überlebt Er hat eine gleiche Waffe Oder er hat eine andere Waffe Die genau so schnell hergeht Und Vollmantelgeschoss Er ist erledigt Vollmantelgeschoss Und Scheiße Er hat mich nicht gefahren Er hat eine Mine Schützt die Flagge Und killt den Träger Ich lauf durch, ne? Feindliche Flagge erlagt Ah, nein, nein, dann halt nicht Dann laufst du halt durch Wo sind sie, wo sind sie? Fuck, fuck, fuck Nicht am Auto vorbeilaufen mehr Schön Schön gemacht Geht mal los Wechsel das Magazin Ah, gut, es geht Oh Bleib bei mir Nein, das kann nicht wahr sein Oh, ob sie eins, weiß ich Mann! Das ist ein fucking Camper Oh, der hat die auf Gold, also Feind ausgestattet Jetzt werde ich entkillen Was, das kann nicht wahr sein? Der hätte jetzt schon längst einen Headshot gegeben Geblatt bekommen Das darf nicht wahr sein, ey Das ist ein fucking Camper Feindlicher Flaggeträger wurde erwischt Feindliche Truppen haben unsere Flagge genommen Feindliche Truppen haben unsere Flagge genommen Feindliche Truppen haben unsere Flagge genommen Unsere Flagge wurde erhobert Und ich hätte da oben Und drin hockt auch noch immer der von uns Von dem anderen Team der Camper Okay, hockt er Hier Oh, ja genau, das ist die richtige Höhe Oh fuck Oh, ist einer von uns Ich hab' schon gedacht Ich hab' schon gedacht Ich würd' ein bisschen verteidigen Was? Das kann nicht wahr sein! Der hat mich genauso aufgetroffen wie ich ihn Mann fick dich! Scheiße! Naja Einfach Fuck Schade, hätt' ja klappen können Ah, ich war der letzte Krill. Mano. Okay. Zeit. Jetzt. Das war die ganze längere Folge, weil es Käpte oder Flick ist. Und höchstens fünf Minuten. Passt dran. Außer es ist wieder unentschieden. Warum hockt ja jemand. Wieso ist der nicht rübergegangen? Alter, das ist doch ein Camper. Das ist doch ein scheiß Team. Da sind wir ein Rufgerang. Das ist Kill. Ficken. Mann, das kann nicht wahr sein. Na, schön. Ich hätte draufschießen sollen. Links. Seht ihr den nicht? Okay. Verbündete Hundestaffel im Einsatz. Oh Mann, der ist schon tot. Was? Mann, ich dachte, der wäre schon tot. Abschluss bestätigt. Abschluss bestätigt. Feindliche Flagge erlangt. Kommt unter. Vorräte unterwegs. Papp, 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 papp. Wir haben den Kopf, alle. Scheiß drauf. Ich hab die Flagge genommen. Geschafft. Pfeife. 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 Team, jetzt schalte ich die auf. Ich hab die Flagge geholt und ich will nicht, dass die noch... Der ist der Leder. Sie haben unsere Flagge fallen lassen. Unsere Flagge ist gesichert. Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Feindliche Vorräte unterwegs. Okay, sind hier. Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Achtung, feindliche Drohne näher. Abschluss bestätigt. Scheiße. Nicht dahin in der Ecke. Aber wie sehr das aussieht. Der wartet doch. Granate, Granate. Kriegt die mich, kriegt die mich, kriegt die mich. Anstelle, dass er wegläuft. Nein, der lässt sich davon fast killen. Feindliche Vorräte unterlegt. Achtung, feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Mann. Hat man doch überhaupt einen Kill gemacht, an einem Hunter-Killer? Feindliche Drohne nähert sich. Auf die Beine. Ich hab nicht drauf geachtet. Auf die Beine. Auf die Beine. Wenn die jetzt hier hinten campen, kriegen die nicht unsere Flagge. Scheiße. Mann, oh. Wir gewinnen diesen Kampf. Ja, das ist gut. Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Ich muss bloß aufpassen, dass die nicht mehr unsere Flagge kriegen. Mann. Ich schwenk's auf einmal um. Scheiß Geschütz. Können wir's nicht down machen. Auf die Beine. Wie viele sind denn da? Auf die Beine. Da findet der Hunter-Killer-Drohne eigentlich... Ah, Mann. Leer geschossen. Was? Okay. Wenigstens gewonnen. Und meine beste Karte hier war trotzdem 9-9. Ja, so 1-2-0. Okay. Ich bin immer wieder gespürt, was ich will, wann ich will, wie ich will. Ich bin fair, aber es fehlen mich. Die letzten, voll und voll letzte Fälle. Die schlechtesten Spiele, das ist ein besseres. Bis zum nächsten Mal.